Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Neuer Tag, neuer Glitch, würde ich sagen. Diesmal eine noch schnellere Methode, eure Boxen zu klonen, ja. Das Ganze machen wir, ohne Sachen machen zu müssen, in der wir Gefahr laufen, ja, einen Blackscreen zu kassieren. Wir müssen auch kein schlechtes Ei produzieren, nichts. Das Einzige, was wir machen müssen, ist der, ja, Menü-Glitch, ne. Ihr wisst Bescheid. So, was müssen wir an Vorbereitung treffen? Wie immer, automatisches Speichern bitte ausschalten. Wenn ihr möchtet, speichert hier noch einmal davor. Ich mach's einfach, Save the First halt, ne. Und, ja, eigentlich selbsterklärend eine volle Box vorbereiten und daneben eine leere Box haben, so. Bei mir ist es jetzt diese Box voller Mew, die tragen alle den Meisterball. Die würde ich sehr, sehr gerne allesamt klonen, die ganze Box. So, was müssen wir machen? Wir drücken auf X, gehen auf Pokémon, auf Bericht und drücken jetzt ZL und ZR gleichzeitig, ja. Wobei wir ZL eine Millisekunde vorher drücken. Also beide schon gleichzeitig, aber ZL halt ein bisschen vorher so. Wenn ich das mache, achte ich auf den Sound, ob der sich kurz doppelt. Wenn ja, weiß ich bereits anhand des Sounds, der Glitch hat funktioniert. Wenn nicht, ich mach's einmal kurz. Okay, hat funktioniert. Ähm, wir sind jetzt im Beutelmenü gelandet. Wenn ich jetzt auf B drücke, um zurückzugehen, wird sich dieses Beutelmenü mit dem Pokémon-Berichtsmenü überschneiden. Ja, ich drück jetzt auf B. Bam, und was ist jetzt passiert? Ha, ihr wisst Bescheid. Wir sind jetzt im Beutelmenü, im Menü. So, jetzt drücken wir auf B, B, B und nochmal B. Jetzt sind wir auf der Overworld und ihr seht, ich kann mich auf der Overworld bewegen und im Menü auch Sachen auswählen. Ja, und jetzt geht der Glitch los. Wir gehen auf Pokémon. Wir drücken auf R, um auf die PC-Boxen zu gelangen. Wir drücken A auf irgendein Pokémon, was in der Box ist. Jetzt drücken wir X. Jetzt drücken wir nochmal A. Jetzt drücken wir nochmal R, um auf die PC-Boxen erneut zu gelangen. Jetzt zweimal Y und die ganze Box auswählen. Jetzt bam, auf die neue Box hauen. Fertig. Das einzige, was wir jetzt noch machen müssen, um den Glitch abzuschließen, ist auf B zu drücken. Nochmal auf B zu drücken. Nochmal auf B zu drücken. Und hier auf Bericht zu gehen. Fertig. Fertig. Jetzt können wir komplett rausgehen. Auch aus dem Glitch. Bam, 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 bam. Hier alles wieder wie beim Alten. Nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt... ...eine ganze Box geklont haben, Mann. Sprich. Ja. Wieder ein paar Meisterbälle auf Vorrat. Läuft. Es ist immer wieder ein Fest, sage ich euch. Naja. Das soll es schon gewesen sein. Ich möchte euch nicht länger aufhalten. Lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da, falls das Video euch weitergeholfen hat. Abonniert den Kanal gerne, falls ihr nichts mehr verpassen möchtet in Bezug auf Glitches, Guides, Leaks, Rund ums Pokémon-Universum. In dem Sinne wünsche ich euch auch einen schönen Tag und haut darin, kauft da in.